Mit welcher Genauigkeit wir unsere Umwelt mithilfe von Satelliten beobachten können, hängt vor allem von verschiedenen Eigenschaften ihrer Sensoren ab. Letztendlich entscheiden diese darüber, wie detailliert Informationen über die Erdoberfläche aufgezeichnet werden. Eine dieser Eigenschaften ist die spektrale Auflösung. Sie gibt Auskunft über die Fähigkeit eines Sensors, zwischen verschiedenen Bereichen des elektromagnetischen Spektrums zu unterscheiden. Die spektrale Auflösung eines Sensors steigt mit der Anzahl an Kanälen, in welchen er Bereiche des elektromagnetischen Spektrums aufnehmen kann. Fernerkundungssensoren nehmen Wellenlängenbereiche also in Spektralkanälen auf. Aber was passiert dann? Die durch die einzelnen Kanäle aufgenommenen Informationen werden als sogenannte Graustufenbilder gespeichert. In ihnen wird für jeweils ein Wellenlängenbereich die Intensität der Reflektion in verschiedenen Bereichen der Erdoberfläche wiedergegeben. Und was bringt uns die Information über die Reflektionsintensität von Oberflächen in unterschiedlichen Wellenlängenbereichen, die uns die verschiedenen Graustufenbilder vermitteln? Verschiedene Materialien und Objekte haben individuelle spektrale Fingerabdrücke. Das heißt, sie absorbieren und reflektieren Licht verschiedener Wellenlängen unterschiedlich gut und können so über ihr Reflektionsverhalten voneinander unterschieden werden. Je höher die spektrale Auflösung eines Sensors, desto präziser ist auch der Fingerabdruck, den er von den abgebildeten Objekten erzeugen kann. Und umso besser lassen sich Oberflächen voneinander abgrenzen. Konkret bedeutet das, wir können zum Beispiel Gesunde von gestresster Vegetation unterscheiden, da diese ein unterschiedliches Absorptions- und somit auch Reflektionsverhalten haben. Die meisten Erdbeobachtungssatelliten sind mit Multispektralsensoren ausgestattet. Moderne Multispektralsensoren wie der MSI an Bord von Sentinel-2 sammeln Informationen in vielen, in diesem Fall zwölf Kanälen. Schaut man sich die Wellenlängebereiche genauer an, fällt auf, dass ein Kanal nicht genau einer Wellenlänge entspricht, sondern einen bestimmten Wellenlängenbereich aufnimmt und zu einer Information mittelt. Das ist notwendig, da das so gewonnene Signal viel stärker ist als das einer einzelnen Wellenlänge. Außerdem liegen nicht alle Kanäle direkt nebeneinander, sodass es mitunter große Lücken von Wellenlängenbereichen im elektromagnetischen Spektrum gibt, in denen gar keine Informationen gesammelt werden. Die Kanäle sind nämlich hauptsächlich in den Bereichen platziert, in welchen die Atmosphäre möglichst viel Strahlung zur Erdoberfläche und somit auch reflektierte Strahlung zum Sensor durchdringen lässt. Diese Bereiche werden als atmosphärische Fenster bezeichnet. In welchen Bereichen sich die Spektralkanäle letztendlich genau befinden, hängt wiederum vom Einsatzgebiet des Sensors ab. Die spektrale Auflösung von Multispektralsensoren ist in den letzten Jahren zwar gestiegen, doch viele Informationen über die Eigenschaften von Oberflächen gehen dennoch verloren. Moderne Hyperspektralsensoren sollen diese Lücke nun schließen. Diese verfügen über mehrere hundert Kanäle und damit über eine sehr hohe spektrale Auflösung. Durch sie wird ein viel größerer Bereich des elektromagnetischen Spektrums kontinuierlich abgedeckt. Doch diese Technologie in den Weltraum zu bringen, ist kompliziert. Deshalb sind Sensorsysteme wie DESIS, welches von der internationalen Raumstation ISS aus die Erde im sichtbaren und nahen Infrarotbereich in 240 Kanälen beobachtet, noch echte Pioniere. Die Möglichkeiten, die sich durch Hyperspektralaufnahmen ergeben, sind jedoch vielversprechend und erste operative Satellitensysteme mit dieser zukunftsweisenden Technologie stehen kurz vor dem Start. Die spektrale Auflösung von Sensoren gibt uns Auskunft über deren Fähigkeit, spektrale Eigenschaften von Oberflächen möglichst genau wiederzugeben. Umso höher die Anzahl der Spektralkanäle, desto höher ist auch die spektrale Auflösung. Die spektrale Auflösung hat in den letzten Jahren zugenommen und schon heute wird mit hyperspektralen Sensorsystemen gearbeitet, die viele hundert Kanäle haben und uns ermöglichen, noch mehr und genauere Informationen über die Oberfläche unserer Erde zu erhalten.